Hallihallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 2. Also, es geht abwärts, denn wir sind jetzt in der Kanalisation. Gab es an dieser Stelle nicht einen Bosskampf gegen Birkin? Was ist das? Sherry, ich hab dir gesagt, ich kann hier nicht weg, bevor meine Arbeit fertig ist. Das sagst du doch immer. Sherry? Warum bist du nicht im Haus geblieben? Da warst du sicher. Hey, Sherry! Ich hatte Angst. Diese Dinger waren überall und... Bei sowas rufst du die Polizei. Das hatten wir dir gesagt. Hab ich, aber es kam niemand. Und du hast dich abgehoben, also, Sherry? Ich kann jetzt wirklich nicht. Ach, muss das schön sein mit so einer Mutter. Blöde Kuh. Sherry! Sherry, ich komme! Oh Gott, wenn ich das jetzt schon wieder sehe, wird's mir... Ich mag nicht die Kanalisation. Ich mag dieses Gebiet nicht. Ich mag es absolut nicht. Aha. Okay, jetzt sammeln wir hier jetzt erstmal alles ein, was wir einsammeln können. Ähm, was haben wir da? Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Ich will nicht. Verdammt. Schachfiguren. Ich mag das Schachfiguren-Rätsel nicht. Das Rätsel selbst ist ja jetzt nicht so schwer. Aber ich mag die Giftfee-Janette. Ah, okay. Ich mag die Giftfee-Janette. Gut. Ich ist erledigt. Äh... Zwei links. Zwölf rechts. Und acht links. Zwei. Zwölf. Und acht. Uh, was ist denn das? Ein verstärkter... Ach, das ist für den Revolver aber. Ja. Bringt mir jetzt an dieser Stelle gar nichts. oder? Ja. Oh, ja. ualdene? Was ist für den Revolver? Hast du die Schwarze? Äh, 20, alter. Also- Sachen, die ä катen? Vielen Dank. Ach, das ist... Das ist nur der Strom, den ich da höre. Die Sicherung. Äh, die Sicherung, das offene Stromkabel. So, Leverschein, okay. Ein T-Ventilgriff. Dann schauen wir doch mal. T-Stange-Vertiefung. Haha! Achso, warte mal. Da komme ich jetzt gar nicht mehr hin, oder? Nö, da komme ich ja jetzt gar nicht mehr hin. Dann schauen wir doch mal hin. Wow! Achso, ich hab dem nur den Arm abgetrennt, okay. Du auch noch? Au! Au, 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 au! In mein Lieblingsschienbein! Blödes Drecksvieh! Ah! 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 Fui, 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 fui. Hochleistungs-Munition, keine Ahnung was das sein soll, aber ich kann es auf jeden Fall mal nicht benutzen. Wow, ah toll, oh das sieht sehr mitgenommen aus, ah toll, danke, oha, Ah, das ist doch schon mal was gutes. Okay. Und tschüss. Wow. Oh. Hahaha. Gut, na wenigstens muss ich mich um diese Dreckskerl hier nicht mehr kümmern. Ah, ich hasse dieses Gebiet sowas von. Oh, oh. Seit wann greifen die Viecher so an? Oh ja, stimmt Gaaad, wie ich euch hasse Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, da fehlt mir jetzt auch. Ah nein, dafür habe ich die T-Stange. Oh ja, ich weiß wieder, wo ich bin. In dem wohl miesesten Gebiet überhaupt. Ja, okay. Okay, jetzt bin ich auch wieder hier. Na, bevor ich da unten reingehe, werde ich mich jetzt erstmal richtig ausrüsten. Okay. So, den Videoclip, den kennen wir glaube ich auch. Bitte, bitte aufhören. Nein, 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 nein. Hier drüben, du freak. Tu ihm nicht weh. Tu ihm nicht weh. Ja. 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 Ja, dieser Drecksvirus wird über die Ratten verteilt. Sehr gut. So. Handgranate brauche ich auf jeden Fall. Und Säuregranaten. Und Säuregranaten. So. Dann bin ich jetzt auf jeden Fall bereit. Ah. Ich hasse es jetzt schon. Ich hasse es, jetzt schon wieder da runter zu müssen, Leute. Und ich weiß nicht mal, wie die Säure auf die Dinger da wirkt. Hier geht, hier geht, hier geht, hier geht. Na ja, es ist weniger gruselig als widerlich. Na ja, ich glaube, ich sehe einen. Ach, der ist nur für einen Schock da, oder was? Komm, aus dem Boden mit dir. Wir sind weniger gruselig als größer. Okay. Yeah. Okay. 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 Great tots amis. Okay. Okay. Naja, kommt zurück, oder? Ja, kommt zurück. Verrecker! Finde ich ja wenigstens ein bisschen Muni Ich glaube es ist tot Ich kann euch gerade gar nicht sagen wie froh ich bin, dass der Abschnitt jetzt erstmal vorbei ist Blöder Affe, ich würde ja am liebsten einen mit dem Gewehrkolben verpassen, ey Ich würde ja am liebsten einen mit dem Gewehrkolben verpassen, ey Ich würde ja am liebsten einen mit dem Gewehrkolben verpassen, ey Ich würde ja am liebsten einen mit dem Gewehrkolben verpassen, ey Ich würde ja am liebsten einen mit dem Gewehrkolben verpassen, ey Ich würde ja am liebsten einen mit dem Gewehrkolben verpassen, ey Ich würde ja am liebsten einen mit dem Gewehrkolben verpassen, ey Ich würde ja am liebsten einen mit dem Gewehrkolben verpassen, ey Ich würde ja am liebsten einen mit dem Gewehrkolben verpassen, ey Oh, nein. Wow! Jetzt bleibst du bitte tot. Jo, bleib tot. Ah! Passt die da zufällig rein? Ja! Jetzt ärgere ich mich noch mehr, dass ich den Flammenwerfer verpasst habe. Also, bei Leon. Aber Elektroschockgewehr von Umbrella. Okay, feuert Metallhaken auf das Ziel, durch das Strom geschickt wird. Okay. Ach, Inventar voll. Ah, das war falsch. Okay. Ach, das ist grad saublöd. Verdammt, ich habe das beim ersten Mal doch so leicht gelöst. Wieso habe ich jetzt Probleme? Mal. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Warte mal, da unten... Ach so, das sind die Steckdosen für die Figuren. Okay. Einfach durch, egal was passiert. Oh ah. Ja. Effektiv, gebe ich zu. Effektiv. So, wahrscheinlich habe ich den falschen Stecker auch noch mitgenommen. Komm, ich kenne mich ja. Hoppsa. Na ja, auf jeden Fall geht es jetzt erstmal wieder zurück. Neue Granaten einsammeln. Und das Inventar aktualisieren. Das werde ich allerdings in der nächsten Folge machen. Beziehungsweise das mache ich jetzt offline. Man muss ja das ständige Hin und Her nicht immer zeigen. Also Leute, macht's gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, bis dann und ciao.